Horrorspiele. Ein Genre, welches auf meinem Kanal schon einige Male behandelt wurde. Ob es jetzt ein ganzes Playthrough ist oder nur mal ein Reinschnuppern von einem Horrorspiel, es war schon alles dabei. Doch eine Sache hat mich immer gestört. Es war immer so Larifari irgendwie mal rausgehauen, hier und dort irgendein Hypegame. Aber man hat niemals so eine Hülle gehabt, in der diese ganzen Horrorspiele vorgestellt wurden. Mir fehlte es an Spice. Deshalb haben mein Team und ich uns zusammengesetzt und ein weiteres wunderschönes Format uns überlegt, spezifisch für beschissene, gute, zumindest auf Steam existierende Horrorspiele. Wir haben immer noch keinen Namen, deshalb schreibt gerne Vorschläge in die Kommentare. Aber wir haben ein Gadget, welches uns in diesem Format... Welches uns in diesem Format weiterhelfen wird. Meine Damen und Herren, darf ich vorstellen, eine Bingo-Tombola! Mit dieser Tombola werden wir in Zukunft die in der Folge zu spielenden Spiele raussuchen. Hier können bis zu 100 Kugeln drin sein. Und wenn ihr jetzt mal auf unseren Bildschirm guckt, wir haben eine Liste von bis zu 100 Horrorspielen auf Steam rausgesucht, welche dazugehörig eine Kugel in dieser Tombola haben. In dieser Folge sind es bisher nur 65, weil wir erstmal voll viele suchen mussten. Aber es sind alles Spiele, die auf Steam sind. Und wir werden jedes Mal eine Kugel aus dieser Tombola haben. Zum Beispiel jetzt hier die 39. Dann gehen wir hier oben auf das Feld, geben die 39 an und dann haben wir hier ein Horrorspiel, welches wir spielen werden. Es ist so geil! Shoutout an mein Scheiß-Team, ihr seid alle geil! Und das ist das Format. Wir werden ungefähr drei bis vier Spiele pro Folge spielen und einfach schauen, welche dreckigen Horrorspiele es da draußen gibt und immer mal ganz kurz reingucken, die ersten Schocker miterleben und bewerten. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, der sollte das auf jeden Fall tun. Denn wir hauen momentan so geile Formate raus, dass wir die Augäpfel aus dem Schädel wollen. Deshalb abonnieren! Ansonsten komme ich vorbei und zünd euer Haus an. Und was darf bei einer Tombola nicht fehlen? Natürlich die Tombola-Fee. Komm gerne rein! Ja, in die Kamera einmal. 44. Ja, der Budget war leer. Ebay-Kleinanzeigen, fünf Euro habe ich ihm gegeben. Und einen Kaffee. Okay, das ist aufregend. Also die erste Nummer, meine Damen und Herren, ist die 44. Intruders. Anscheinend sind wir da alleine in so einem Haus oder so. Ich habe keine Ahnung. Geil! Unser erstes Spiel, meine Damen und Herren. Es kann ja nur gut werden. Ich freue mich drauf. Vier Euro, glaube ich, hat es gekostet. Danke auch nochmal an die Fee, ne? Dankeschön! Ich erinnere mich nicht, wie ich hierher kam. Ich habe draußen irgendwelche Augen gesehen aus dem Busch. Ja, basically, den Tag über ist alles fein mit den Lichtern. Und abends gibt es die ganze Zeit nur Probleme. Die gehen an und aus, random. Ähm, nachts um Mitternacht passiert auch verfluchte Scheiße. Und ich muss hier irgendwie raus. Alter, what? Das ist die Grafik? Ist ja egal, das ist ja absolut abgefuckt. Oh Gott! Oh, das ist ja nur schrecklich hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach erstmal an den Laptop. Ich mache jetzt, was das Spiel sagt. Setze mich hier ran. Und bin zufrieden. Na klar ist er weg. Na klar ist er weg. Ach, natürlich ist er weg. Ach, dicker. Ganz ruhig. Oh, wir bleiben ruhig. Wir bleiben drin. Die Tombola steht hier. Die wird das schon alles regeln irgendwie für mich. Bro, dieser VHS-Effekt ist die dümmste Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Das Video wird wieder eine Bitrate haben von zwei. Wenn man ein bisschen Glück hat, kann man vielleicht mein Gesicht erkennen. Aber nur ein bisschen. Warum hängt das hier in dem Haus? Kolja, würdest du dir sowas in deinem Haus hängen? Alter, warum hängt sowas? Warum? Weißt du, du hast Angst und willst weg. Warum ist das Licht an? Ich habe was gehört. Hallo? Oh, das ist disgusting. Ich will hier nicht sein. Das Spiel ist ja der Hammer. Kann ich nicht einfach hier oben bleiben? Ich muss... Oh mein Gott! Junge. Warum ist das erste Spiel direkt so gut? Ich soll jetzt irgendwie gucken, dass die nicht reinkommen. Das stand jetzt gerade, wenn die zu nah kommen, mit der Taschenlampe einfach anleuchten und dann sollen sie sich verpissen. Ey, die go... Nein, 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 nein. Ich kann das alles nicht. Ich kann das alles nicht. Ich will das alles nicht. Was, wenn ich hier einfach in der Ecke stehen bleibe? Hä? Dann kann mich ja niemand holen. Oh mein fucking gott, das spiel ist ja fucking unberechenbar Wie denn? Ich werde wahnsinnig. Okay, ich habe jetzt eine andere Taktik. Ich gucke hier durch, bis ich irgendwo irgendwas verdächtiges sehe und dann renne ich dahin und Versuche den wegzumachen. Das klingt doch gut, oder nicht? Weil bisher... Da, 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 da Verpiss dich. Verpiss dich. Was soll ich denn machen? Er ist nicht mehr da. Du willst mich doch komplett verkackeiern Ich hasse dieses Format jetzt schon. Ich bin ehrlich. Er ist hinten. Backyard. Ich kann jetzt hier rausgucken, right? Nein, kann... Oh mein Gott, er kommt rein Spiderman! Der Typ ist gerade durch mein Fenster geklettert Da ist er. Wir ziehen jetzt durch. Wir ziehen jetzt durch. Guck, weg ist er. So, jetzt gehen wir wieder hoch. Das war richtig gut. Das war richtig gut, Leute. Weg ist er. Da ist er. Master Bedroom. Da sollte er sein. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum war der Sound da? Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Okay, er ist da. Jetzt, Freunde, haben wir den Bogen raus. Okay, easy, easy, easy. Weg ist er. Ciao, 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 ciao. So nicht. Kann ich das wieder zumachen? Ich kann es nicht zumachen. Er hat das Fenster offen. Go back to the basement. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein fucking Gott! Ähm, holy shit. Ähm, ihr bleibt mal da, wo ihr seid, ja? Oh mein Gott, ich kann mich nicht bewegen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich sterbe. Ich kann nicht. Oh mein fucking... Wo ist das Basement? Wo ist das Basement? Oh mein Gott, ich will nach Hause. Ich kann das alles nicht. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ich bin tot. Ich bin so tot. Ich weiß nicht... Oh mein Gott. Also, das Spiel ist absolut Wahnsinn. Das ist ja mega funny. Jo, was geht? Meine Tombola hat mir dieses Game gegönnt. Ich muss sagen, für diesen Preis absolut Legende. Also, wirklich, wirklich klasse. Und das war mein Röpse. Also, ich verstehe es nicht ganz. Aber das gilt ja für vieles, ne? Von daher, GG. Gönn. Game. Ich würde es empfehlen. Abfahrt. So, Leute. Ja, komm rein. Komm rein. Wir brauchen ein zweites Spiel. Das wird jetzt richtig gut. So, einmal kräftig dran drehen. Brauchst du noch einen Kaffee oder so? Nein. Elf. In die Kamera. Aber nicht fallen lassen. Mit der Elf haben wir auf jeden Fall schon wieder eine Schnapzzahl, ne? Also, das ist unser nächstes Spiel. Ist sogar kostenlos spielbar. Das ist doch gut. 40 MB. Was ist das für eine komische Schriftart? Okay, ich drück Start. Das ist safe, der Entwickler. Cinevart Hotel, huh? Nicht so leidlich, wie ich dachte es wäre. Was sind das für Schritte und Defekte? Kaja, die hast du doch rein synchronisieren. Ich krieg das nicht mehr rauf, das Käppchen hier. Ich bin ein Motorboot, ey. Okay. Ich komme gerade vor Mittag. Ich bin total gehypt. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß auch nicht. Let's go. Find the vent and use it to get to the electrical panel. Ah, muss ich das jetzt da reinhauen? Ah, ja. Also, die Tombola, ne? Die Tombola misst halt auch nicht. Die macht nur geile Sachen bisher, die Tombola. Ne? Scheiße, ich bin stuck. Wie kann ich den... Da bin ich wieder? Okay, jetzt kann ich weiter. Ich war ganz kurz tot. Ja, alles gut. Ruhig, kleine Tombola. Alles gut. Du hast alles richtig gemacht. Tut mir leid. Ich höre nichts. Ne? Also, verstehe mich nicht falsch. Der Sound, den ihr jetzt hört, das ist genau das, was ich jetzt hier gerade höre. Stille. Nichts... Wo bin ich jetzt? Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Schön, ne? Was? Was hat er gesagt? Kannst du es nochmal abspielen? Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Schön, ne? Ich hab es nicht verstanden. Es tut mir leid. Hier ist ein Laptop. Yo, was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen endlich zum ersten Video. Zum ersten Facecam-Video hier auf dem Kanal. Ich kriege es nicht aus. Ich habe ein bisschen ungewohnt. Alles aber, ja. Das solltet ihr niemals sehen. Alter! Blocked. Blocked. Ich hab noch einen Key. Ich hab noch einen Schlüssel. Ja. Ja. Ja, perfekt. Er ist auf. Huh. Huh. Ja, das sieht mir doch nach einem Hotel aus. Explore the hotel rooms and find a missing elevator button. Alter, warum? Soll ich jetzt hier alle von diesen Räumen hier absuchen? Ist das dein Ernst? Ich hab einen Key. Jetzt hab ich einen Key. Soll ich jetzt raten, für was die Schlüssel sind? Sag mal mir, Lina. Was hast du denn da rausgesucht? Hä? Digga, ich laufe gerade von Raum zu Raum. Was wollt ihr von mir? Alter, war das ein geiles Rätsel. Oh. Du liebst wieder, aber dann... Okay. Let's move on to the next floor now. I think. Ist das jetzt genau dasselbe nochmal? Das ist jetzt das Spiel. Will mich mein Team verarschen? Melina! Ich will antworten! Melina hat die 65 Spiele rausgesucht. Sie ist die Verantwortliche für das hier. Wieso dachtest du, dass das eine gute Idee ist, hä? Ja, Alter, die Scheiße brauch ich halt auch nicht weiterspielen. Also, was soll das denn sein? Also, das Spiel ist kostenlos. Deshalb drück ich mal ein Auge zu. Aber, dass ich hier einfach nur random Türen öffnen soll, da müsste ich auch mein zweites schließen. Und was passiert dann? Richtig! Ich seh nix mehr! Hab doch recht! Hä? Als Fazit. Ich fand das mit den Türen nicht gut. Aber ansonsten, schöne Stimme. Digga. Ja, ich würd's aber trotzdem empfehlen. Ist halt wahrscheinlich so ein Schulprojekt von so einem kleinen Jungen oder so. Komm, geh bei ihm eine positive Bewertung, dann spielen's vielleicht auch ein paar Leute. Freut er sich. So, jetzt haben wir noch ein drittes Spiel. Ich will auch mal drehen. Platz. 42. Besser als 43, ne? Schön. Night Terrors. Ich bin gespannt. Ich mach mal Fullscreen. Wir gucken kurz einmal in den Trailer. Ach, du heilige Scheiße. Ich will mir wehtun. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht ja so schade. Oh, perfekt. Oh Gott. Es gibt nur die Option Spiel oder Verla... Ich drück einfach auf Spielen. Wir gehen rein. Es geht jetzt schon seit Wochen. Die Schreien am Abend sind unbeerbar. Okay, anscheinend spielen wir jemanden namens Kenny. Kenny hat schlimme Träume und kriegt jetzt von den Eltern Drogen. Oh mein Gott, es ist so laut. Doorways will turn green. You can then click and hold them closed until the door stops shaking. Okay. Ah. It takes courage to look around. Don't waste courage looking around randomly. Listen to the doors opening. Okay, also es ist so ein Spiel. Ich muss mich umhören. Und dann muss ich irgendwie die Dämonen verscheuchen. Ach, das ist einfach nur klasse. Ach, du Scheiße. Okay, kann ich die jetzt zumachen? Ach, ich muss es halten. Bisher verschwindet. Sehr schön. Ey, danke an mein Team für diese geilen Spiele. Ihr seid der Hammer. Melina. Geil. Muss ich mir jetzt alles nochmal anhören? Give him one day. Alles gut. Alles gut. Sie lebt. Alles gut. Den kriegen wir auch noch zu. Ah. Warum? Super einfach. Super einfach. Ich hab bisher richtig viel Spaß. Der Clown bleibt draußen. Wir sagen nein. Wir sagen nein zum Clown. Das ist ja ultra geiles Gameplay. Ich bin doch gleich down. Ja, tschau. GG, GG. Und das war's. Das ist jetzt das Spiel. 50 Cent. Da hätte ich mir Brötchen verkaufen können, trockenes. Habt ihr Spaß? Ja? Ja? Ich auch. Was soll ich sagen? Das hat schon Inhalt das Spiel, ne? Schalalala. Schalalala. Oh ne, es gibt mehr Nächte. Wer ist denn er da? Achso, jetzt kommen einfach dieselben nochmal. Nur, dass jetzt überall Pentagrammer an der Wand sind. Und so ein kleiner blöder Clown da rumläuft. Hey, Hals, Maul, ganz ehrlich. Ja, GG. Mal gucken, wer mich jetzt erwischt. Ja, reicht dann auch. Also, ganz ehrlich, mehr als drei Minuten Spielspaß gibt's hier auch nicht. Also, umgucken kann ich mich auch im echten Leben nicht. Für 50 Cent in Ordnung. Muss aber jetzt langfristig auch nicht sein. Irgendwie. Ja. Also, kommt mal bitte auf eure GZ. Klar. Ich hab ein Trümmlich-Fell weniger. Danke für nix. Trotzdem in Ordnung für 50 Cent. Ah, ne. Bäh. Ich würd's empfehlen, warum nicht. Abwarte. So, ich würd sagen, weil da waren jetzt ein paar echt blöde Gangs. Games dabei jetzt zum Schluss. Oder auch Games, die nicht so lange ging. Bonus-Spiel! Boah, weh. Du lässt das einfach so stehen, Kolja. Ich möchte, dass du das cool editierst. Du hast es so stehen gelassen, hab ich recht. Ha. Aber dann editierst wenigstens nochmal einmal so ein bisschen schön, dass es... Ha. Jetzt setzt wenigstens einen Schnitt, bitte. Los, komm, komm, komm rein. Da ist die Fee wieder. Uh. Freust dich? 50. Da. Hab ich gefangen. Ey, danke. Heiz Maul. From the rain. Ach, das sieht schon wieder so aus, als würde es mich gleich komplett aus der Scheißfassung bringen. Dann geh ich kurz pinkeln. Mitten in der Aufnahme. Ist ein Deal, oder? Kolja, gehen wir pinkeln wir beide? Wir beide? Oh, gehen wir pinkeln. Okay, unterschätzt das mal nicht. Unterschätzt du das mal nicht? Nein, unterschätzt du das mal nicht, Kolja. Nein, du unterschätzt das mal nicht. Kolja, unterschätzt das mal nicht. Nein, du unterschätzt das nicht. Moin, Leute. Ich bin zurück. Es gibt Donuts in der Küche. Moin. Oh, Digga. Da wird doch schnell der Hals einmal kurz gebrochen. Draußen schönes Wetter. Drinnen schön cozy. Ist ja perfektes Wetter zum Chillen. So, hier können wir erst mal entspannt auf Klo. Delightful. Was bin ich? Bin ich irgendein Roboter? Also eins weiß ich, ich hab ein schönes Haus. Das ist wirklich schön. Since the beginning of this weather, a large number of murders have been committed. Oh. Seitdem es hardcore regnet, sind irgendwie 34 Morde passiert. Und die Regierung kann sich nicht wirklich ausmalen, was, warum und wieso. Und sagt allen Bürgern, ey, versperrt bitte eure Häuser und lasst niemanden rein. Aber wir haben ein geiles Security System. Okay. Wir gehen petten. Oh. Ich soll irgendwelche Breakers anmachen im Haus. Aha. Eins hab ich. Ist noch einer? Aha. Okay. Okay. Das sind sie. Geil. Er läuft wieder, oder? Okay. Okay. Ich geh jetzt zu diesen Dingern und lad die auf. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Der ist voll. Ey, ist doch bisher ziemlich einfach. Right? Ah. Ah. What the fuck are you? Oh my God. I am safe. Easy. Okay. Dann setze ich mich jetzt hier einfach hin. Und warte, bis der Generator wieder for some reason down geht. Wir wissen ja jetzt, was wir zu tun haben. Wir finden die Lichtschalter. Wir wissen ja auch größtenteils, wo die sind. Ah. Was passiert? Was ist los? Was ist los? Okay. Wir machen noch einen Versuch. Wir machen noch einen Versuch. Das ist ja voll schwer. Wenn die Schalter immer irgendwo anders sind. Rote sieben. Grüne drei. Haben wir. Jetzt nur noch die Loks. Jetzt nur noch die Loks. Das machen wir jetzt schnell. Speedrun. Du bleibst draußen. Du bleibst draußen, junger Herr. Bitte mach schneller. Bitte mach schneller. Bitte mach. Was soll ich machen? Haben wir. Ciao. Lauf gleich schneller als du, du blöde Sau da. Die Tür steht ein bisschen auf. Sie geht langsam auf. Sie geht langsam auf. Ich mach zu. Du bleibst draußen, da hast du mich verstanden. Du Ausschloch, da. Okay. Wuh. Oh. Easy. Und ab jetzt geht's halt von Stunde zu Stunde weiter. Geiles Game. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt auch immer noch schwerer wird, dass sie irgendwann hier oben durchgucken. Und das alles für einen kleinen Preis von 2,99, Digga. Weißt du, ein Kinobesuch kostet zehnmal mehr. Da gibt's auch noch andere Maps. Ist ja voll geil. Für mich soll's erstmal aber gewesen sein. Wir schreiben noch eine schöne Rezension rein. Ja, so knackt man heutzutage seine Finger. Also, das war heute mein Bonusspiel. Ich muss sagen, für drei Tacken richtig gut. Ein strammer Max bei der Junge Bäckerei hier in Spandau kostet das Doppelte. Also, nur mal im Vergleich. Das hier ist preis-leistungstechnisch ein absoluter Sportwagen unter meinen Tombola Games. Kleiner Geheimtipp. Hier. Kuss. Ja, würde ich empfehlen. Abfahrt. Ich würde aber behaupten, von der Gruseligkeit und allem her fand ich das erste Spiel sogar fast noch am besten, was wir heute gezockt haben. Also, an mein Team mal eine direkte Nachricht. Der Rest haben wir hier und dort auch gesehen. War nicht so geil. Aber, ich sag mal so, das ist ja der Reiz an dieser wunderschönen kleinen Tombola, die wir hier haben. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es kann komplett scheiße sein. Es kann aber auch komplett geil sein. Deshalb, es war mir ein absolutes Fest heute. Falls euch dieses kleine Format mit meiner kleinen Tombola gefällt, dann sagt gerne Bescheid. Dann machen wir das gerne öfter. Und Vorschläge auch für diese kleinen Tombola-Geschichten hier, schreibt die auch gerne in die Kommentare. Wir lesen die sehr aktiv durch. Es hat in der Vergangenheit sehr gut funktioniert. Ich hab euch sehr lieb. Lasst gerne ein Like da, ein Abo da. Und ansonsten, wirklich, Dankeschön für alles. Kuss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.